Willkommen bei Profi-Schnapp.de hier in Impfingen. Ich habe wirklich was Besonderes für Sie und zwar eine Willi Schillig LX2870, eine Variante in der ungewöhnlichen Kombination Sofa mit Sessel. Eine kleine Wohngarnitur, die sicherlich für einen edlen Kunden gemacht wurde, weil hier die Basis ist aus Nussbaum, eine Nussbaumschatose, hat hier wunderbare Metallkufen, Chrom und ein tolles Leder Z7755 Zartbitter, also nicht ganz schwarz, sondern leicht braun-schwarz. Dekoriert habe ich das hier mit zwei Kissen, die im Preis nicht enthalten sind, ich mache mal den Tisch etwas vor, aber die das ganze Ding noch etwas schmücken. Ja, was lässt sich zu diesem Sofa sagen? Kubisch, klassisch, ohne Kompromisse, langlebig, die Garnitur wird auch so in 10 oder in 20 Jahren noch modern sein. Ein Leder, strapazierfähig, Männer geeignet, Kinder geeignet, mit natürlicher Prägung und Long-Life-Schutz, was wollen Sie mehr? Und eine hohe Bequemlichkeit beim Liegen, aber auch beim Sitzen, durch eine Nossack-Unterfederung kombiniert mit Federkern, beides, ein doppeltes System sozusagen. Die Kombination ist ungewöhnlich, deshalb haben wir die beiden Teile auch separat ausgepreist. Es handelt sich hierbei um ein Musterstück, also die beiden Sachen wurden zum ersten Mal produziert, um intern abgenommen zu werden. Ich denke vielleicht für einen holländischen Großkunden, weil die wollen immer etliche Sachen, auf jeden Fall Top-Qualität zum Wahnsinnskurs. Wer diese Kombination will oder auch nur einen Teil davon, der ist hier richtig und wird mir jahrelang für dieses tolle Stück dankbar sein. Also sind Sie ein Ästhet, wollen Sie es schön, kubisch, klassisch im Bauhausstil und in Top-Qualität, dann aber nur dann empfehle ich Ihnen 22870LX von profischnapp.de. Und wenn Sie es live sehen wollen, kommen Sie nach Empfingen, dann freue ich mich und bewirte Sie mit einem Glas Prosecco oder einem Kaffee. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. Wir sehen uns.